Kommt Kinder und eilt euch! Bis zum Mittagsgebiet wollen wir den Leuten auf dem Markt mit zur Hand gehen. Ihr wisst ja, die Schlegen bringt Segen. Wir sind die beiden Kinder aus Frankes Reisenhaus. Bevor wir dort hinkamen, da sah es nicht so aus. Wir lebten auf der Straße in Armut und in Not. Wir wetteten und hatten auch nicht mal ein Stück Brot. Nun ist die mittlere Zeit vorbei, der Franke macht uns kinderfrei. Wir stehen füreinander ein, wir darf in Menschen sein. Um zu arbeiten und lernen, wir beplatzen und wir ernten. Wir sind die mittlere Zeit vorbei, der Franke macht uns kinderfrei. Wir stehen füreinander ein, jeder darf ein Mensch sein. Jeder darf ein Mensch, jeder sein.